Die Nationalflaggen, die Deutschen und die Farben unserer Gäste aus Paraguay. Wir haben ein Stadion gebracht vom Fußballnachflugs hier aus der Region, die wir jetzt gemeinsam mit einem großen Applaus im Fritz-Walter-Stadion begrüßen wollen. Stadion Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was für eine Kulisse und welche eine Atmosphäre im höchstgelegenen Stadion Deutschlands. Liebe Fußballfreunde, hier sind die Teams des heutigen Abends. Unsere Gäste aus Paraguay und spieldeutsche Fußballnationalmannschaft. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen aus Respekt und in Anerkennung unserer Gäste aus Paraguay diesen Moment nutzen. Einen der Nationalspieler unserer Gäste gesondert zu Ehren. Es handelt sich um Torhüter Justo Villar, der nun für sein 100. Länderspiel ausgezeichnet wird. Diese Ehrung wird vorgenommen von Senor Alejandro Domínguez, Vizepräsident der Associação Paraguay do Football. Also des paraguayanischen Landesverband. Lass uns einen Glückwunsch an die Nummer 1 unserer Gäste. Senor Villar, Felicitasio, Cordial Aeste Fuego, Quiespiesiaco. Senor Villar, Felicitasio, Vizepräsident der Associação Paraguay do Football. Erheben Sie sich von Ihren letzten Händen. Es folgen die Nationalhymnen, gespielt vom Heeresmusikchor 300 unter der Leitung von Oberstdeutnant Robert Kuckertz. Wir beginnen mit der Hymne unserer Gäste aus Paraguay. Wir beginnen mit der Hymne unserer Gäste aus Paraguay. Wir beginnen mit der Hymne unserer Gäste aus Paraguay. Und nun singen wir alle zusammen die deutsche Nationalhymne. Wir beginnen mit der Hymne unserer Gäste aus Paraguay. Herr Heiliger, weh du heilig, weh du reicherst du, du rast du, in danken, wie du heilt du, du hurst du feiern, in danken, wie du heilt du, Oh, 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 oh. Applaus 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde hier in Kaiserslautern, ich darf Sie im Namen des DFB bitten, sich zu einer Gedenk- und Schweigeminute zu erheben. Wir trauern um drei Große des deutschen Fußballs. Am 19. Juli starb Bernd Trautmann im Alter von 89 Jahren. Er wurde als Torwartlegende bei Manchester City als erster Deutscher 1956 zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Einen Monat zuvor mussten wir Abschied nehmen von den beiden Weltmeistern, Ottmar Walter und Heinz Flohl, die am 16. und 15. Juni im Alter von 89 und 65 Jahren verstorben sind. Heinz Flohl, 1974 am Gewinn des WM-Titels beteiligt, war als Brillanter Techniker eine Ikone des 1. FC Köln und einer der besten Fußballer seiner Zeit. Mit Ottmar Walter ging einer der WM-Helden von Bern von uns. Der Mittelstürmer des 1. FC Kaiserslautern galt nicht nur hier in seiner Heimatstadt wegen seiner Einsatzbereitschaft, Bescheidenheit und Vereinstreue als ganz großes Vorbild. Der deutsche Fußball hat diesen drei herausragenden Sportlern sehr viel zu bedanken. Wir werden Sie als wunderbare Menschen immer wiedergekommen. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.